ja hallo und herzlich willkommen heute möchte ich gern eine tour machen und zwar die nennt sich von ruhr zu ruhr mein startpunkt ist der bahnhof schee in sprockhövel in der nähe vom herzkamp und ich will die kohlenbahn bis siltschede von siltschede die hauptstraße runter nach albringhausen von albringhausen über esborn auf die elbsche talbahn richtung wetter wengern von wetter wengern dann nach der burg hadenstein von der burg hadenstein mit der rauer fähre über die ruhr von da zum chemnader stausee von da nach hattingen von hattingen die glückauftrasse wieder zurück über sprockhövel zum bahnhof schee das ganze werden so rund 58 kilometer ja wenn ihr das interessant findet würde ich mich freuen wenn ihr mich begleiten würde ja ich bin kurz vor albringhausen ja 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 ich bin jetzt hier auf der elbsche talbahn am eingang in esborn ja und jetzt geht's auf nach wetter wengern nur kurz zur elbsche talbahn ist auch wieder eine bahntrasse die sollte eigentlich weitergeführt werden von wetter wengern über siltschede nach gefelsberg durch den schwelmer tunnel nach schwelm aber wann das mal passiert ich glaube da nicht so richtig dran die politiker mit dem mund sind sie immer ganz groß dabei aber wenn es darum geht ein paar euro frei zu machen da sträuben sie sich mit allem was sie haben ist ja trotzdem in beide richtungen wunderschön zu fahren und 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 Nachdem am Montag und am Dienstag wir Temperaturen so 35, 36 Grad hatten, ist das heute mit 22 Grad herrlich. Und der Fahrtwind, der kühlt super. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fast ein Tuk Tuk. Ja, das macht doch Spaß, oder nicht? Das wünsche ich euch auch und viel Spaß. Danke. Danke. Ja, und wieder mal bin ich auf dem Wurtalradweg. Kurz vor Zeche Nachtigall. In Witten. Ich glaube, Bormann. Danke. 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 gut ich bin jetzt an der burgruine hadenstein ja wie man sehen kann den schornstein hat man noch gerettet also viel ist von der ehemaligen burg nicht übergeblieben aber gott sei dank ist das wieder aufgebaut worden und die ruhrtalfähre fährt auch wieder so so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das sieht aus wie Ilritzen. Bis zum nächsten Mal. Und das ist die Ruhrtalfähre. Eigentlich umsonst, aber man sollte schon 2 Euro in die Spendenbox schmeißen. Bis zum nächsten Mal. Ja, das ist die Burg Hadenstein oder Burgruine Hadenstein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich bin jetzt am Chemnader Stausee. Bis zum nächsten Mal. 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 Und ein bisschen Wind ist aufgekommen. Herrlich! Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ein bisschen wellig. Die Wurzeln kommen durch den Asphalt. 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 Das ist so herrlich zu fahren. Nur der Gegenwind, der versucht dich vom Sattel zu hauen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bon Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, hier ist das Baden-Auber gefährlich. Ganz schön Strömung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich bin jetzt auf der Glück-Auftrasse in Hattingen und jetzt geht's Richtung Shea. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt bin ich im Schulenbergtunnel. Ist aber nur ein kleines Stück. Aber, oh, sehr angenehm. Ja, das war der Tunnel. Ja, ich bin kurz vor Sprokeufel. Und immer geht's berghoch. Ja, ich bin kurz vor Sprokeufel. Ja, ich bin kurz vor Sprokeufel. Ja, ich bin kurz vor Sprokeufel. Das ist die neue Brücke in Sprokeufel, wo sie so lange dran gebaut haben. Ja, ich bin kurz vor Sprokeufel. Ja, ich bin kurz vor Sprokeufel. Ja, ich bin kurz vor Sprokeufel. Und zum Ende der Tour habe ich gerade noch eine Bekannte aus Schwellen getroffen. Kleines Pläuschken gehalten. Das ist immer wieder schön. Ja, ich bin kurz vor Sprokeufel. 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 ja ich bin wieder an meinem startpunkt angelangt ich muss sagen war eine schöne tour heute so von den temperaturen sehr angenehm zu fahren klein wenig windig toll ja ich hoffe die kleine tour hat euch gefallen das waren so alles in allem 60 kilometer und ich würde sagen tschüss bis zum nächsten mal so 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 so